Oh, hi! Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wusstest du eigentlich, Ostern ist die Zeit des Suchens und des Findens. Aber nur wer sucht, der kann auch finden. Apropos, wie findest du uns eigentlich? Dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir machen ein Oster-Gewinnspiel. Dafür musst du einfach nur unter dem Video einen Kommentar da lassen und nimmst automatisch teil. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Jochen Schweizer Erlebnisbox. Den Sieger losen wir am Mittwoch im Live-Video aus. Sei dabei und wir freuen uns auf dich. Bis Mittwoch!